Wir haben hier eine zweimal differenzierbare Funktion f und aus dieser basteln wir uns jetzt eine Funktion g, die gegeben ist durch g von x ist gleich e hoch f von x. Und von dieser Funktion g wollen wir jetzt die erste und die zweite Ableitung berechnen. Das sieht auf den ersten Blick komplizierter aus, als es ist, denn im Grunde müssen wir hier einfach streng die Ableitungsregeln beachten. Wir haben hier konkret die Kettenregel, denn wir haben hier eine äußere Funktion, nämlich e hoch und eine innere Funktion, nämlich f. Das bedeutet, wir erhalten für die erste Ableitung von g, g' von x ist gleich e hoch f von x, das ist die äußere Ableitung. Bei der Exponentialfunktion zur Basis e ist das ja besonders praktisch beim Ableiten. Mal die innere Ableitung, das ist einfach f' von x. Wenn wir das jetzt noch einmal ableiten, müssen wir zusätzlich noch die Produktregel beachten. Dann erhalten wir diesen Ausdruck für die zweite Ableitung, den können wir noch ein bisschen vereinfachen und damit sind wir fertig. Also wir können hier noch herausheben und hier noch ein bisschen zusammenfassen. Soweit so gut. Warum ist es interessant, sich so allgemeine Fälle anzuschauen? Einerseits erhält man dadurch quasi weitere Ableitungsregeln oder eben Ableitungsregeln, die maßgeschneidert sind für solche Situationen. Und ein zweiter Grund, warum das interessant ist, ist der, dass man dann auch gut rückwärts arbeiten kann. Also wenn man dann in freier Wildbahn einer Funktion begegnet, deren Termdarstellung so aussieht, dann wissen wir, dass wir auf diese Art und Weise eine Stammfunktion davon angeben können. Schauen wir uns das anhand von konkreten Beispielen an. Zum Beispiel betrachten wir eine Funktion g mit g von x ist 4 mal e hoch 4x. Naja, das erfüllt genau die Struktur, die wir vorhin hatten. Das heißt, wir können sofort eine Stammfunktion groß g angeben mit groß g von x ist e hoch 4x. Machen wir es ein bisschen komplizierter. Schauen wir uns eine Funktion g an, die gegeben ist durch g von x ist x mal e hoch minus x Quadrat halbe. Na, jetzt haben wir fast die Situation, die wir vorhin hatten. Wir haben hier nur ein Minus zu viel, denn die Ableitung von minus x Quadrat halbe ist natürlich minus x und nicht x. Das heißt, wir müssen noch minus 1 irgendwo hineinschummeln. Aber da soll was Schlimmeres passieren. Das geht schnell. Wir müssen einfach nur mit minus 1 multiplizieren. Dann sind wir auch hier fertig und haben eine Stammfunktion von klein g gefunden. Jetzt noch ein letzter Fall. Und zwar, wir wollen jetzt eine Stammfunktion für die allgemeine Exponentialfunktion angeben. Also für eine Exponentialfunktion zur Basis a mit irgendeinem a größer 0. Dafür müssen wir ein bisschen Vorarbeit leisten. Und zwar zur Erinnerung, wir können ja jede positive reelle Zahl zur Basis e angeben. Und zwar mit Hilfe des Logarithmus Naturalis. Denn es gilt für eine positive reelle Zahl a, dass a gleich e hoch ln von a ist. Denn ln von a ist ja die Zahl, mit der wir e potenzieren müssen, um a zu erhalten. Wenn wir also e tatsächlich damit potenzieren, ist das einfach genau gleich a. Jetzt noch kurz Rechenregeln für Potenzen. Und wir erhalten diesen Ausdruck hier für a hoch x. Und das, was in der Hochzahl steht, das nennen wir jetzt wieder f von x. Und jetzt müssen wir uns ein f' von x dazu schummeln. Das ist aber kein Problem. Denn wir können einfach ln von a dazu multiplizieren, solange wir auch noch durch ln von a dividieren. Und jetzt haben wir wieder hier die Situation, die wir brauchen. Und können, wenn wir diesen Faktor hier mitziehen, auch hier sofort eine Stammfunktion angeben. Und zwar eine Stammfunktion groß g gegeben durch groß g von x ist 1 durch ln von a mal a hoch x. Und das ist ja bekanntermaßen auch das, was in einer Formelsammlung steht. Und das ist ja auch das, was in einer Formelsammlung steht. Und das ist ja auch das, was in einer Formelsammlung steht.